Ja, danke. Oh. Stufe 5. Wo sind denn die anderen? Ach da. Ach du Scheiße. Nee, alle Stufe 5. Ach du fuck. Lassen wir den mal rankommen. Legionär. Ach. Oh. War dein magisches... Wie viel hat denn das Ding? Aufladungen? War keine oder was? War dein magisches Schoss aus eurem Stab ab? Ja, jetzt komme ich nicht weit hier noch. Oh. Kann ich das nicht einsetzen? Ach so, ich habe nicht mehr noch Dings. Okay. Müsste sie doch jetzt eigentlich auch haben. Äh. Dann rufe ich das wieder auf. Mal hier. Stab des Majors. Warte ich mir doch. Okay, dann kommt mal ran. Das scheiß Ding da spuckt immer weiterer aus. Ja. Hä? Er ist schon tot? Loll. Der lebt noch? Wieso konntest du den nicht ins Target nehmen? Hä? Ich kriege schon easy ins Target. Den hier nicht. Ah. Da war er. ETF. Alter, das ist ja richtig nice. Okay. Okay, den kriege ich nicht. Okay, dann gehen wir weiter auf den. Also es kält doch. Einfrieren, Fehlgeschrank. Läuft! Ich glaube, die sind etwas stark. Also ohne die Hilfe der Legionäre wäre ich auf jeden Fall aufgeschmissen. Okay. Okay. Löscht Feuer, macht Charakter nass, verringert Resistenz gegen Luftzauber. Oh, das wäre ich ganz hilfreich. Oh. Scheiße. Scheiße, dass ich den nicht ins Target kriege. Was wäre hier, ne? Vielleicht so? Und jetzt einfach draufklicken. Ach, läuft da auch immer rum. Scheiße. Jupp, das war nice. Jetzt stehe ich richtig geil. Versuch mal, ist er geklickt. Klick, das habe ich gerade gemacht. Da ist er halt leider rumgelaufen. Also wieso kriege ich denn die am Boden liegenden nicht anvisiert? Ist ja auch schon wieder mit dem. Ach ne, bei ihm. Okay, dann würde ich gehen. Und so auf jeden Fall das Ding da wegkriegen. Oh. Oh. Äh. Okay. immerhin hat das einfrieren geklappt meiner merkt auf jeden fall dass sie eigentlich viel zu stark sind für mich ich verfehle ständig es ist widerstehe in allem ignorieren mich hier einfach ich jetzt meinen habe ich den jetzt auch er ist ob er sogar namen schieße ich den an betäuben mir dann hier klappt hilfe mama und ich auch wieder nicht dran vorbeischieben und vorbeischießen ein wir erstmal wird eng für euch flieht wenn ihr wollt und könnt mit 63 wieder her komm haut den da kaputt ne nicht den Leute wir müssen uns wir müssen hier gezielt arbeiten die sich heilen wieso sehe ich denn das leben von dem nicht mal jetzt noch zu viel wieso 6 gepasst ja genau haut den der kann das ab gott noch einer der dahin stürmen sollen die die legendärer die zaubern hier auch kommt treff ich nicht ne ist wieder der im weg er hat noch viel geht das ne hier kann ich teleportieren die 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 alles Endlos fight. Mir geht es gar nicht mehr gut. 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 Hau dann in! Dummer Legionär! Das erkrankt. Minus 3 Konstitution. 2 Körperstärke. 2 Körperstärke. 2 Körperstärke. 2 Körperstärke. 1 Körperstärke. Das müssen wir nochmal neu machen. Ich glaube, wenn ich da direkt hingehe zu dem Loch, habe ich mehr Chancen. Ich meine, ich glaube, generell bin ich hier nicht richtig. Habe ich das Gefühl, irgendwie? Aber da auf der Brücke zu kämpfen mit diesem unendlichen Spawn von dem Loch. Aber haben die nicht gesagt, im Westen sind die leichtesten und im Osten wären sie stärker? Also ich glaube schon, wenn ich auf das Loch charge, dann würde es gehen. Weil wenn die Legionen nähere mitkämpfen, dann geht es natürlich, aber das kann ja dann auch nicht richtig sein. Vielleicht hätte ich mal gucken sollen, ob die Orks... Ne, was hier oben war ja auch noch ein Durchgang. Gucken wir da mal. Was ist das für ein Level, die Viecher hier haben? Wahrscheinlich auch 5. Was ist das für eine Vorrichtung, wie er da hat? Ah, whose Invention? Der Stasis-Blaster. Quite a sight, no? Der Rake-and-Singer-Zombie oder Skeleton in ein paar Sekunden. Oh. Okay. Oh, da hinten. Stufe 3. Ah, guck ihr an. Stufe 3. Das sieht doch schon besser aus. Hm, hm, hm. Also, melee. Links bei dir. Ne, wo war das? Oh hier, ne? Angeswert? Ne, doch. Welche Wahrscheinlichkeit der Gegner mit der aktuellen Ausrüstung und Waffe trifft. Das jetzt aktiviert. Und wo war das, äh, Kahn? Das hätte ich auch mit meinem Hop-Ball machen sollen. Achso, jetzt hat sie wieder nicht den Links drauf. Ah. Oh, hat nicht geklopft. Scheiße. Gut, doch. Wie viel brauche ich? Bier. Ich bin da ran. Ich brauche drei. Ne, da komme ich nicht ran. Doch. Oh. Oh. Oh, du Scheiße. Stopped. da kommt man nicht ran kriege ich den chance besteht aber er ist wieder frei durchpolster Zombie 51 unbedeubt schade man kann die nicht aufeinander werfen auf zu schlafen geh weg schlafen woanders hin das sind Sprinter das klingt noch so lange ab immun gegen betäuben ja nein den müsste ich eigentlich gleich wegkauen können noch eine Runde betäubt da glaube ich verschwende da noch drauf zu schießen im Rücken oh Gott der kriegt jetzt richtig Schelle der kriegt richtig Schelle er hat richtig Schelle gekriegt scheiße sind die stark die beiden sind ja mega ey sieht man das irgendwie warum war der immun gegen betäuben ich könnte den jetzt umhauen oder ich versuche die zu stunnen die niederschlagen die werden mich halt so vermöbeln die beiden weil die sich stunnen ja halt auch jedes mal ne auf betäuben fehlgeschlagen okay jetzt bin ich wieder betäubt wow zwei Runden äh der wieder frei ja ich hab ein einfrieren ready ja 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 Kann ich ihn halt nicht Er hat mich halt jedes Mal Stunnt, äh betäubt Ich glaube ich habe keine Chance Dr. Wiederbelebung Ich glaube Der Boden geht also nicht Okay Er ist noch die Runde eingefroren Könnt er halt wieder beleben Aber der ist dann halt wieder Instant tot Er ist noch die Runde eingefroren Er heilt sich halt auch noch Und wieder zwei Runden betäubt Alter Nein Wie gemein Haut halt drauf und ist wieder betäubt Er ist halt wieder fast voll Ich würde mal sagen Die Runde habe ich auch verloren Okay Müssen wir auch nochmal Meine Fresse Na das wird ja was Die sind ja übel Die sind ja richtig übel Dass ich da gar nichts machen kann Kein Ziel in Reichweite Kann ich das Ding benutzen Oder was Okay Dann kämpfen wir mal hier Das war eben die natürliche Verteilung der Stadt Jetzt habe ich wieder die Fähigkeit Wenn ich Leiste Dann kämpfen wir mal hier Ja Ja Ich komme oder nicht so weit ihr solltet ihr eigentlich zu uns kommen lassen das war anders geplant und hier aus gemeinsam vor da kommen sie 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 ist ok ok unsere legionäre noch ohne helfen sie 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 Aber es hat geklappt. Hau den nicht. Das ist eine Falle. Er ist verbrannt. Sehr gut. Kommt das vor, oder? Ja. Was ist passiert? Sweet Relief. Ich lasse sie einfach brennen. Hat der, der hat mich mit, was? Der lebt immer noch. Außer Sicht weiter. Okay. Soaking spray. I prefer to drown my sorrows with ale. Der Untote heilt sich. Alles klar. Oh. Ach. Das war's durch. Nice. Alle mit betäubt. Richtig gut. Richtig gut gemacht. Wer ist denn das hier? Ach, da liegt noch wer. Ne, tot. Wurde. Wurde. Wurde ist der널 Traum. Er ist der Grund. Wurde ist der Grund. Wurde ist er nicht mehr. Das war's für, was mich. Das war's für mich. Wurde ist er. Wir haben also den Grund. Wir haben, wie wir geworfen. Wir haben also direkt viele, was wir erreichen. Wir wissen, dass da. Wir haben, dass wir wundet. Wir gehen seit 2019 als einen Gräst. Wir haben auch ein Problem. Wie ich da zittere. Äh, 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 äh. Das war doch easy. Sag mal so, mit der Kanone hätte ich es auch ohne die Hilfe geschafft. Lass mal speichern, damit die Fähigkeiten nochmal jetzt durchbleiben, so.